Ich bin Laura Gimler, ich bin die Langläuferin des deutschen Teams. Wenn man mich fragen würde, wofür ich stehe, wäre es wohl Killer Instinkt, weil ich über meine Schmerzensgrenze weit hinausgehen kann. Oberstdorf ist für mich meine Heimat und ein Paradies. Meine schönste Langlauf-Erinnerung an Oberstdorf ist ein Ausflug in die Spülmannsau. Die WM wird ein einzigartiges Wintersport-Event. Mein Fahrplan bis zur WM besteht aus viel Training, viel Essen und viel Schlaf.